. Wollen wir den mal aufladen, wa? Ja, würde ich sagen. Dann fahren wir gleich hier hinten raus. Ich komme wohl in den Trecker. Dann sägen wir ihn ab. Und dann wird er verladen. Jo, super. Gut. Alles klar, du fährst vorweg. Ja, ich fahr vorweg. Jo. Jetzt wird er halt hier vom Feld geborgen. Und dann auf dem Wagen, dann wird er verzurrt. Und dann geht's zurück und er wird aufgestellt. Kann losgehen. Jo. Dirk, nach Möglichkeit nochmal so, dass wir so ein bisschen nach hinten kommen. So. 60 ist die Hülse. Also müssen wir auf jeden Fall, sagen wir mal, bis hier muss er angespitzt werden. So. 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 Ganz oben kommt, natürlich wie am Flughafen üblich, dann die rote rein, damit auch niemand gegenfliegt. So. 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 So.